Die Bundesregierung will die Befugnisse des deutschen Auslandsgeheimdienstes völlig neu regeln. Zum einen als Reaktion auf den NSA-Skandal, aber auch aufgrund der vielen Rechtsverstöße des Bundesnachrichtendienstes, die in der Zwischenzeit bekannt geworden sind. Eines dieser Probleme ist zum Beispiel die Überwachung von Inländern. Ob dieses Problem durch diese neue Reform gelöst werden kann, das klären wir jetzt mit Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Er ist im Studio. Ich grüße dich, hallo Alex. Hi. Ja, wie genau hat der BND bisher auch Inländer überwacht? Also du hast ja schon gesagt, der BND ist ja ein Auslandsgeheimdienst, ein Auslandsnachrichtendienst und darf eigentlich keine Inländer überwachen. Das Problem ist, dass ja im digitalen Zeitalter der BND natürlich auch trotzdem versucht, Internetkommunikation zu überwachen. Und dafür hat er sich bisher an sogenannten Internetknoten, also im Prinzip da, wo die ganzen Leitungen aus Deutschland zusammenfinden, um dann zum Beispiel den Traffic in die USA zu leiten, hingesetzt und hat dort die Kommunikation überwacht. Und es ist ja so, dass man, wenn man ins Internet geht, eine IP-Adresse bekommt. Das ist wie so eine Art Adresse, um Personen lokalisieren zu können, um zu schauen, wo die eben herkommen. Und diese IP-Adresse kann zum Beispiel sagen, ich bin jemand, der in Deutschland, gerade in Berlin, hier ins Internet geht und dann mit jemandem kommunizieren will, der zum Beispiel in den USA sitzt. Das Ganze funktioniert natürlich auch unter Ausländern, also jemand in den USA kommuniziert mit jemandem hinten in den USA. Ja, und jetzt ist aber das Problem, wie man herausfindet, dass eben hier kein Deutscher in dieser Kommunikation, also kein Inländer in dieser Kommunikation mit drin hängt. Und das geht eigentlich technisch gar nicht, weil früher war das ja so, dass man jetzt zum Beispiel ein Telefon gehabt hat und dann jemanden angerufen hat und dann hatte man eine Leitung und diese eine Leitung stand zur Verfügung. Da wusste man, wenn da jetzt zwei Ausländer miteinander telefonieren, kann man die überwachen. Früher war alles besser. War einfacher, genau. Und heute ist es halt schwierig, weil diese Internetpakete ja sonst wo lang fliegen und diese IP-Adresse auch nicht unbedingt eben darüber Ausschluss gibt, welche Person zum Beispiel dahinter sitzt. Also ob das tatsächlich dann eben ein Deutscher ist, der eine deutsche IP-Adresse hat oder nicht doch eben möglicherweise ein Ausländer. Und es gibt natürlich auch Programme, die die IP-Adresse ein bisschen verschleiern. Deswegen ist es halt sehr schwer, das festzustellen. Aber das war eben eine der Möglichkeiten, wie bisher kontrolliert wurde, ob jemand Inländer ist oder eben nicht, indem man die IP-Adresse überprüft hat. Wenn die eben aus Deutschland kam, hat man gesagt, man überwacht nicht. Und die zweite Möglichkeit, die man gemacht hat, war zum Beispiel bei E-Mail-Kommunikation, dass man Kommunikation mit .de-Endungen, also zum Beispiel gmx.de, einfach ausgenommen hat, weil man hier eben vermutet hat, dass es sich um Inländer handelt. Was natürlich auch Quatsch ist, weil wer hat immer eine .de-Adresse? Und natürlich können auch genauso Ausländer sich eine .de-E-Mail-Adresse holen und würden dann sozusagen der Überwachung ein Stück weit entgehen. Also einen sehr merkwürdigen Weg, den man da gefunden hat, der auch überhaupt nicht zielführend war. Genau, das soll geändert werden in Zukunft. Wie soll die Überwachung ja anders gestaltet werden? Also es gibt ja jetzt eben diese BND-Reform, die auf den Weg gebracht wurde und es gibt auch gleichzeitig eben noch diesen NSA-Untersuchungsausschuss, der eben überprüft, welche Überwachungsskandale sich in der letzten Zeit so angebahnt hat, welche der NSA gehabt hat, aber eben auch zum Beispiel der BND. Und man hat eben in der Vergangenheit sich eben an diese Internetknoten zum Beispiel gesetzt und hat gesagt, dort dürft ihr 20 Prozent der Kommunikation überwachen als BND. Das soll jetzt geändert werden. Man hat nämlich festgestellt, dass das gar nicht so richtig funktioniert, weil der BND eigentlich die komplette Kommunikation überwacht. Und jetzt hat man nicht gesagt, oh, das ist illegal, das ist rechtswidrig, sondern man versucht, das alles auch noch zu legalisieren. Was man jetzt sagt, ist, dass der BND künftig Telekommunikationsnetze überwachen darf. Und was ein Telekommunikationsnetz ist, ist gar nicht so genau festgelegt. Das kann im Grunde alles sein. Das kann sein, wenn wir zwei miteinander kommunizieren, dann sind wir ja in irgendeiner Art und Weise in einem Telekommunikationsnetz. Das kann das ganze Netz der Telekom sein, das kann das ganze Netz von Vodafone sein, das kann das ganze Netz von irgendwas sein. Das ist nicht definiert. Also was jetzt im Grunde gesagt wird mit der BND-Reform ist, also wir haben vorher so ein bisschen überwacht, das war auch ein bisschen zu viel, das war illegal. Und jetzt müssen wir das Ganze irgendwie legalisieren und diese Massenüberwachung sozusagen so auf den Weg bringen, dass da ein Gesetz zustande kommt, wo wir halt so halbwegs rechtssicher, vermeintlich halbwegs rechtssicher unterwegs sein können. Und deswegen sagen wir einfach, wir können jetzt einfach alles überwachen. Krass, aber wie kann man dann sicherstellen, dass eben keine Inländer abgehört werden, überwacht werden? Und das kann man eben nicht. Und das ist nämlich auch das Interessante, was jetzt eben in diesem NSE-Untersuchungsausschuss nochmal angesprochen wurde. Da gab es jetzt zwei Gutachten, die da angefordert wurden, weil nämlich die Abgeordneten sich das auch gefragt haben. Wie geht das überhaupt? Ist es technisch überhaupt möglich, die Kommunikation von Inländern in irgendeiner Art und Weise rauszufiltern? Und da gab es einmal eine Stellungnahme vom Chaos Computer Club und auch einmal eine Stellungnahme von einem Professor von einer Bundeswehr-Universität in München. Also auch jemand, der jetzt relativ unverdächtig ist, dass er jetzt hier irgendwelche Propaganda verbreitet. Und die sind beide zu dem Ergebnis gekommen, dass es unmöglich ist, Inländer aus der Kommunikation herauszufiltern. Also man hat gesagt, es gibt zwar technische Möglichkeiten, wie man das mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit herausfiltern kann. Man spricht da so zwischen 94 und 97 prozentiger Wahrscheinlichkeit, wie man festlegen kann, dass es sich um einen Inländer handelt. Aber das bedeutet, dass ja immer noch Millionen von Personen tagtäglich in das Visier des Geheimdienstes geraten. Denn drei Prozent und wie oft kommunizieren wir so am Tag über diese Telekommunikationsnetze, das kommt also sehr, sehr oft vor. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwann mal in dieses Raster von drei Prozent zu fallen, die eben nicht durch diesen Algorithmus abgedeckt werden können, ist sehr, sehr hoch. Heißt technisch, es ist unmöglich, Inländer aus dieser Kommunikation herauszufiltern. Und damit ist eigentlich das komplette Vorgehen des BND bei der Telekommunikationsüberwachung, so wie es jetzt eben gemacht wird, dass er einfach komplette Netze abhören darf, komplett illegal. Jetzt ist die Frage, wenn die Gutachten wirklich so eindeutig sind und die sich da einig sind, dann kann man nicht verhindern, dass Inländer überwacht werden. Das kann man nicht verhindern. Und trotzdem soll eben diese Reform jetzt weiter vorangetrieben werden von der Großen Koalition als auch eben der Bundesregierung. Die wollen eben trotz dieses Gutachtens, trotz eben des ganzen Geheimdienstskandals weiter an dieser BND-Reform festhalten, eben zum Beispiel die Massenüberwachung noch ausweiten und legalisieren. Und dagegen kämpfen wir natürlich an. Wir haben da zum Beispiel eine Telefonaktion gestartet. Da kann man bei uns auf die Seite gehen. Dort gibt es ein kostenloses Anruftool. Da wird einem auch nochmal komplett erklärt, was diese großen Probleme der BND-Reform sind. Es gibt da noch einige andere Probleme, die damit einhergehen. Sowas wie parlamentarische Kontrolle oder eben auch, welche Informationen überhaupt überwacht werden dürfen. Also wann, in welchen Fällen der BND überwachen darf, gibt es eine Mehrzahl von Problemen, die dann nochmal genau bei uns auf der Seite dezidiert erklärt sind. Und dann gibt es eben so ein Anruftool, wo man direkt mit Abgeordneten verbunden werden kann, wo man dann eben dort anrufen kann und kann sagen, wir wollen diese BND-Reform nicht. Bitte stimmt dagegen, schützt unsere Grundrechte und verhindert eben diese BND-Reform. Und da sollt ihr mitmachen, wenn ihr sagt, das geht ja wohl nicht an. Ich will mich da melden, ich bin dagegen. Genau, exakt, das ist das Ziel. Dass möglichst viele Leute da anrufen und dass die Abgeordneten eben merken, wir sind dagegen, wir wollen diese Grundrechtsverletzungen nicht einfach so hinnehmen. Ja, vielleicht sagt ihr auch in diesem Moment erst, krass, was der Alex mir gerade erzählt hat, das wusste ich gar nicht. Ich denke, da wird es den einen oder anderen geben. Digitale Gesellschaft ist natürlich im Netz auch zu finden, da könnt ihr alles nachlesen und eben gerade auch diese Seite mit den Informationen. Und bis hierhin sage ich erstmal danke, dass du Licht ins Dunkel gebracht hast. Sehr gerne. Und uns hier nochmal geupdatet hast. Flux FM. In digitaler Gesellschaft.